350 Dollar für so ein paar Schuhe, naja, meine Kinder können es mir vielleicht schmackhaft machen, ich würde sie nicht tragen. Das Spannende daran ist, wenn sie die bekommen, dann können sie die auf Ebay, natürlich in der Originalverpackung und so weiter, weiterverkaufen und sie kriegen im Schnitt dafür 1876 Dollar. Das ist mein Angebot. Wenn sie es versuchen, stellen sie fest, sie kriegen sie gar nicht. Warum? Naja, der Bot war leider schneller, weil es gibt Bots, die suchen nach diesen Angeboten, also diese Schuhe sind von Adidas, gibt es auch von Nike, es gibt immer spezielle Kollektionen, die werden gesammelt, bei Ebay dann sehr teuer gehandelt und sie und ich, naja, vielleicht unsere Kinder oder ihre Kollegen wollen die unbedingt haben und bekommen sie nicht. Das heißt, die Firmen haben dann unzufriedene Kundschaft nach dem Motto, ihr bietet das an und ich kann es dann doch nicht bekommen. An der Stelle muss man sich dann überlegen, wie kriegt man sowas in den Griff. Und da ist eben die Idee, dass man diese Tools, die es gibt, also etablierte Scraping Services und Tools, dann man managen muss. Alubot oder der Nike Schubot, wie gesagt, es gibt verschiedene Firmen, die Schuhe zur Verfügung stellen oder dann gerne verkaufen, wo man viel Marge dran machen kann, wenn man sie kriegt. Und es gibt noch viel mehr von diesen Scrapern. Diese Scraper in den Griff zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Vielleicht gucken wir erst mal, was ist es überhaupt? Na, eigentlich, das ist so ein Bot. Das Bild kennen Sie, was steckt da drin? Naja, gucken wir mal rein. Und siehe da, das kennen wir alle. Ganz normaler PC. Da läuft ein automatisiertes Tool, der verbindet sich mit dem Internet. Der Operator guckt nach, was dort passiert. Das heißt, der Bot-Operator programmiert die Bots. Die wiederholenden Aufgaben sind eben, guck nach dem Preis, guck, ob so ein Schuh verfügbar ist und sag mir Bescheid. Und der traditionelle Ansatz dazu ist, Sie haben die schlechten Bots und Sie haben die guten Bots. Ja, die schlechten Bots, die blockiert man natürlich und die guten Bots lässt man durch. Das heißt, man lässt zu, dass die auf die Webseite gucken. Wie lang funktioniert das Ganze? Ungefähr zwei Minuten. Weil wenn Sie den schlechten Bot blockieren, dann sagt der Operator, oh, da ist was schiefgelaufen, da muss ich ein bisschen nacharbeiten. Und wir hatten also wirklich den Fall, dass dann so ein Bot reinkam mit einer ID von der Azure-Plattform. Den haben wir blockiert. Zwei Minuten später kam er dann mit einer ID von Amazon. Wo man dann wirklich sagen kann, die schwenken so schnell, die ändern so schnell die IDs, dass Blocken kein guter Ansatz ist. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, die Bots werden ja auch angepasst. Das heißt, oder vielmehr, das hatte ich gerade, Sie wissen ja nicht, ist das wirklich noch der schlechte Bot? Kann ich den blockieren? Oder vielleicht wollen Sie den ja haben. Es gibt ja Firmen, die wollen nach China verkaufen und dort eben von Baidu gefunden werden. Oder es gibt tatsächlich Bots mit guten und schlechten Seiten. Sie wollen dort gefunden werden, aber vielleicht nicht ganz so schnell. Und an der Stelle muss man dann einfach differenzieren. Ist das was, was ich haben will, was ich immer haben will, was ich nie haben will oder teilweise haben will. Und da haben wir uns dann überlegt, wir machen mal ein Wunschkonzert, stellen Sie sich vor, Sie könnten den Traffic ausbremsen. Also dem fixen Bot, der da meine Performance runterbremst von meinem Server. Ich habe schon fünf Server da stehen, die sind immer noch zu langsam. Dass man dem sagt, mach doch mal langsamer. Statt 1000 Requests reinzuschicken pro Sekunde, warte doch mal eine Sekunde oder sieben Sekunden. Das heißt, einfach mal runterbremsen. Oder der Konkurrenz, die immer nachguckt, wie ist denn mein Preis gerade? Oh, da gibt es ein Sonderangebot. Sie sind von 39,99 Euro runtergegangen auf 34,99 Euro. Das dauert ungefähr zwei Minuten, dann hat die Konkurrenz das Ganze für 34,98 Euro. Immer einen Cent unter, wird im Internet gefunden und schon sind Ihre Kunden dann wieder woanders. Da haben wir uns dann überlegt, da kann man was machen. Wir gucken erstmal nach, was gibt es. Erstmal identifizieren, klassifizieren, anhand des Business Impact kategorisieren. Wollen wir ihn haben, wollen wir ihn nicht haben. Und dann das Ganze managen, ohne den Operator zu alarmieren. Wenn der Operator nämlich dann feststellt, ah, da passiert was, dann haben Sie das Problem wieder von vorne. Drehen Sie sich einmal im Kreis, haben Arbeit investiert und es bringt nichts. Und dann wollen Sie natürlich wissen, was ich gerade am Anfang gefragt habe, wie viel ist es denn? Visualisieren und reporten des Bot-Traffics. Also vielleicht mal so eine Schätzung, wir liegen noch bei etwa einem Drittel Bot-Traffic. Das heißt, wenn Sie eine Webseite betreiben, können Sie davon ausgehen, zwei Drittel sind tatsächlich noch Leute wie du und ich, die auf die Webseite draufgehen. Und ein Drittel ist Traffic, den Sie bezahlen müssen, der aber von irgendwelchen Bots kommt. Ja, was machen wir hier? Web-Stravers. Also die Jungs mit den Preisen. Die gucken nach, was kostet das Ganze und haben dann eben einen etwas niedrigeren Preis. Was machen wir an der Stelle? Surf-Alternate. Sie machen einfach eine Webseite mit, unsere Sachen kosten 39,99, es sei denn, du bist ein Schubot, dann kosten sie 49,99. Und für die tatsächlichen Leute, die auf ihre Webseite zugreifen, 34,99. Und schon werden Sie feststellen, Business Impact ist tatsächlich null. Die Kunden kommen wirklich zu Ihnen, weil sie tatsächlich das billigste Angebot haben. Als wir das herausgefunden haben oder entwickelt haben, kam dann der Kunde an und sagt, wie wäre es denn, wenn wir uns da mal bei den Preisen was einfallen lassen? Wir nehmen Preise, die man hashen kann. Also 1, 2, 3, 4, 12,34 Euro. Und dann haben wir mal nachgeguckt, wo taucht denn dieser Preis mit 12,34 Euro auf? Und siehe da, man kann tatsächlich einen Bot einem Konkurrenten zuordnen. Das ist dann ziemlich spannend, wenn man dann weiß, aha, der hat diesen aggressiven Bot und der hat einen, der nur ab und zu mal nachfragt. Also Hintergrund rausfinden ist auch ganz spannend. Content Aggregators, also die, die wirklich ihre Intellectual Property runterziehen und für sich selber verwenden, das, was sie rausgefunden haben, für sich selber ausgeben. Auch hier können wir entweder alternativen Content ausliefern oder wir sagen, wir machen mal langsam. Statt 1000 Anfragen, eine Anfrage pro Sekunde. Oder sie warten einfach mal sieben Sekunden. Also das sind so die verschiedenen Alternativen, die wir dort haben. Inventory Grabbers. Auch hier Lost Sales, der Business Impact. Auch hier können wir machen langsam oder alternativen Content. Search Engines. Das ist das, was ich am Anfang erklärt habe. Eben Google Bot oder der Baidu Bot, den möchte man haben. Man möchte in den Search Rankings hoch sein, aber vielleicht nicht ganz so schnell. Das heißt, das Ganze auf jeden Fall monitoren, Report drüber machen und wenn es sein muss, dann auch runterbremsen. Third Party Services sehen wir sehr viel. Es gibt Monitoring Tools, die dann eben reporten. Wie ist die Seite verfügbar? Wie schnell ändert sich der Content? Das heißt, das sind Partner, die mit Ihnen zusammenarbeiten, aber die nicht unbedingt ihr Business im Griff haben. sehen wir immer wieder, dass gerade solche Leute dann einen Bot haben, der eine sehr hohe Abfragefrequenz hat, sehr aggressiv ist und damit ihren Content belastet oder ihren Origin belastet. Sie müssen dann wieder einen Server mehr dazustellen, nur weil ihr Partner, mit dem sie eigentlich zusammenarbeiten, seine Hardware nicht im Griff hat oder seine Software. Und auch hier kann man eben Monitoren, Report drüber machen und das Ganze dann abbremsen. Mit Partnern, die Go-to-Market-Strategie bestellen, auch hier, je nachdem, was es für ein Partner ist, muss man den mal ein bisschen bremsen oder eben alternativen Content liefern. Das ist so der Überblick, was wir dort machen können. Zum Schluss vielleicht noch die Web Analytics, dass wir dort den User verstehen wollen und dann einfach sagen, wir sagen der Origin-Bescheid. Das heißt, ihr Webserver hat ja eine Auswertung und diese Auswertung sagt Ihnen dann, wer tatsächlich auf diesem, Ihren Content angefragt hat. Ja, das war so der Überblick, was wir machen können. Das heißt, erstmal das Problem erkennen. Wir erkennen, wer draufkommt, welche Bots es gibt. Bei der Gelegenheit, wir sind inzwischen bei einer Kategorisierung von so um die 10.000 verschiedenen Bots. Wenn Sie ein neues Problem haben oder ein neues Produkt dazubringen, werden Sie feststellen, da sind auf einmal wieder 100 Bots mehr. Also die werden sehr schnell variiert, neu dazu. Es kommen sehr viele Bots neu dazu. Und wir haben eben die Möglichkeit zu erkennen, was ist es für Traffic und eben verschiedene Möglichkeiten hier zu bieten, wo man darauf reagieren kann und sagen kann, wir wollen das Ganze langsamer machen, wir wollen alternativen Content liefern. Es gibt die Möglichkeit, die ich bisher unterschlagen hatte, ein sogenanntes Tarpeeting zu machen. Das heißt, die Anfrage kommt rein und Sie machen kein 404, also Seite nicht gefunden, sondern Sie lassen es einfach unter den Tisch fallen. Auch eine Möglichkeit, um Content zu schützen und nichts auszuliefern. Ja, das war so der Überblick, wie man Bots in den Griff bekommen kann, was man damit machen kann. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz zu Akamai selber. Wer von Ihnen kennt Akamai denn überhaupt? Eins, zwei, auch. Im Freundeskreis ist das deutlich weniger, muss ich zugeben. Also hier kommt das schon mal vor, das finde ich gut. Vielleicht ganz kurz zu Akamai. Rio, die Spiele in Rio sagen Ihnen was. Wenn Sie da mal genau hingeguckt haben, stand unten Powered by Akamai. Wir liefern also aus. Bedeutet, wir sehen im Internet einen Großteil des Internet-Traffics, so grob gesagt etwa ein Drittel des Internet-Traffics, Web-Traffics, den wir sehen, Bandbreiten-Kapazitäten. Ich glaube, der Rekord lag immer bei etwa 40 Terabit. Und aus denen, aus den Informationen, die wir dort einsammeln, können wir eben neue Produkte entwickeln, neue Strategien entwickeln und unseren Kunden mit neuen Ideen dort weiterhelfen. Botman ist einer davon. Andere Produkte, die wir dort entwickelt haben, Klein-Reputation, wo wir einfach sagen können, diese IP-Adresse hat schon tausend Webseiten gehackt. Wollen Sie die wirklich auf Ihre Webseite loslassen? Also wie gesagt, das sind so Sachen, die wir auch noch liefern können. Stand 505, kommen Sie gerne vorbei und gucken Sie sich das Ganze an. Vielen Dank. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qso4u.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet. another room Decathlon. 232-365-1912-19 hab. werde sich mit Follow toen появle theres Untertitelung des ZDF für funk, 2017